Hallo Leute und herzlich willkommen zu meinem Q&Answer-Question-und-Answer-Video Und ja, ich habe mir zahlreiche Kommentare gesendet, ähm, also Questions und die würde ich jetzt mal ganz ernst beantworten Ich habe kurz meine erste Frage und zwar die ist von Minecraft-Cracket-Creeper Und er fragt, kannst du dich mal zeigen? Nein, ich kann mich mal nicht zeigen, weil ich das nicht will, ja Dann die nächste Frage ist von Ter und er fragt, was ist dein Aufnahmeprogramm? Mein Aufnahmeprogramm ist Open Broadcaster Ähm, die nächste Frage ist von Minecraft-Cracket und er fragt, was der Minecraft-Crack-Cracket-Gewels-Pers Razer Und wann kommt diese Folge? Das haben wir ja schon gestern angesprochen in den innenlosen Minecraft-Crack-Cracket-Chall Ähm, jetzt war ich bei der 50. Folge ähm, dem Download, den Download-Ammep geben und die kommt in 2 Wochen Dann die nächste Frage ist von extremehitsminecraft. Und er fragt wie alt ich bin. Ich bin 14. Doch 5? Nein, wir machen jetzt ganz ernst. Ich bin 14. Dann die nächste Frage ist wieder von Minecraft. Und er fragt wie groß ich bin. Ich bin so mir 1,75. Dann die nächste Frage ist von Creeperzombie Enderman Scharf. Und er fragt wie viel ich auf den Namen zu 5000 gekommen bin. Ich bin auf den Namen zu 5000 gekommen. Ich weiß ich auch nicht. Ich hab mir einfach einen Namen überlegt. Ich hab mir einfach 200.000 in den Sinn bekommen. Und ja. Ich kann mir halt nötig finden. Ich könnte mir einfach so einen Namen anstellen. Ich hätte mir jetzt auch irgendwie das Max HD nennen können oder so. Aber ich hab zuerst 200.000 Tiefen. Gut. Dann die nächste Frage ist von stackgold22. Und er fragt. Kannst du 200.000 abwarten? Nein, das kann ich nicht. Denn ich finde ihr solltet ein bisschen Zeit haben. Ein abwarten zu mir zu senden. Was ich denn jetzt 200.000 abwarten? Das kann ich nicht mehr zu bringen. Dass wir nämlich nur Diensocks machen. Freitags ist einfach zu extrem. Ähm. Ja. Ist ein bisschen zu viel. Deswegen müssen wir nur einmal in der Woche. Dann die nächste Frage ist von MC Gamer77. Wer fragt, was meine Lieblingsfarbe ist? Meine Lieblingsfarbe ist Nullen. Und die letzte Frage ist von 64 Diamonds. Und der fragt, was ist Nettlet's Survive? Ja. Ähm. Ihr habt offenbar gehört bekommen, dass Nettlet's Survive eine halbe Ewigkeit überkam. Ähm. Zu vergleichen in August oder so. Am Anfang September. Und ja. Ähm. Er hat, ähm. Hat zu wenig Zeit gehabt. Nick hat zu wenig Zeit gehabt. Ähm. YouTube zu machen. Und deswegen. Ja. Das Projekt Bandit ist ausgestiegen. Und ja. Ich plane jetzt einen Let's Survive 2 zu machen. Einen anderen Person, die nicht nötig ist. Wieso nicht in den Tüchern? Ähm. Und das hier nicht klappt so. Aber. Ja. Ich hab gefragt, ob sie die Map hat. Sonst hätte ich... Also er zieht sie nicht die Map. Die alte Map. 12.1. Dann nicht mehr. Sonst hätte ich einfach alle so weitergeführt. Folge 53 oder so. Da verfehlen sie sich weitergemacht haben. So haben wir jetzt mal in letzter Zeit noch zwei. Gar nicht. Und ja. Gut. Das ist jetzt nochmal ein Question und Answer Video gewesen. Ähm. Ich zeig mal hier noch eins. Und ja. Dann tschüss.